So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Draft hier auf meinem Kanal. Schauen wir uns mal an, was wir heute so Schönes bekommen. Also unsere Rare ist Ventress Gargoyle, 2-Mana-5-4-Flieger. Ja, ist ziemlich stark, aber natürlich eine Menge Downside. Man kriegt nicht einfach so ein 2-Mana-5-4-Flieger. Man kann erst im Late-Game anfangen anzugreifen, was völlig okay ist. Ich spiele ja sowieso lieber defensivere Late-Game-Decks und kann aber nicht blocken. Es sei denn, du hast 4 Karten auf der Hand. Das ist auch nicht so leicht hinzubekommen immer. Allerdings kann man sich zumindest im frühen Spielverlauf meistens darauf verlassen, dass man die hat. Also, wenn man die Gargoyle ausspielt in Runde 2, wird man ja wohl noch einiges auf der Hand haben. Und blau ist auch recht gut da drin, Karten zu ziehen. Also sowieso von allen Farben am ehesten, aber in diesem Format auch ganz besonders. Es gibt einige Card-Draw-Spells. Von daher denke ich mal, sie ist gut. Denke ich mal schon, ja. Sie kann halt schon ganz alleine auch das Board aufhalten. Vom Gegner blockt ja auch alle Flieger dann weg. Und kann später für ganz schön viel Schaden angreifen. Zwischendurch den Gegner so ein kleines bisschen millen. Also ich denke mal, die ist schon ziemlich gut. Also es ist ja wirklich nur 2 Mana. Auch für die Fähigkeit bezahlt man nachher keinen Mana mehr. Also die Mana-Investition ist wirklich marginal dafür, dass die Karte schon einen sehr großen Einfluss aufs Spiel haben kann. Problem halt wirklich nur, das mit den 4 Karten auf der Hand, die zu halten. Weil das kann halt echt richtig blöd sein, wenn du dich dazu entscheiden musst. Du hast nur noch 4 Karten auf der Hand und musst dich dazu entscheiden, brauche ich jetzt meine Ventress Gargoyle zum Blocken oder spiele ich lieber noch eine Kreatur aus, aus Schlachtfeld oder so. Und an so einer Stelle bin ich nicht so gerne. Und sie kann dich definitiv in so eine Ecke drängen. Deswegen, sie ist nicht unproblematisch, aber ich denke mal schon stark genug, dass sich das Risiko lohnt. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf die anderen Karten. Righteousness ist absolut furchtbar und unspielbar. Also ich meine, Plus 7, Plus 7 ist natürlich gigantisch, wird natürlich die andere Kreatur im Kampf besiegen. Aber das würden die meisten anderen Tricks auch machen. Also es ist eigentlich relativ unnötig, einfach die Kreatur riesig zu machen. Wenn es gegen eine Death-Tash-Kreatur ist, bringt es überhaupt nichts. Es ist nur defensiv, du kannst mit den 7 Schaden nicht irgendwie den Gegner töten oder so. Halt nur eine angreifende Kreatur. Also ich sehe das irgendwie in Kombination mit Fling vielleicht. So einen Überraschungs-neuen Schaden ins Gesicht für den Gegner oder so. Aber im rot-weißen Deck bist du auch nicht in der Defensive und mal irgendwie in der Lage dazu, das einzusetzen. Also diese Karte ist für mich kompletter Quatsch. Ist lustig, aber ist Quatsch. Burning Yard Trainer ist mit Sicherheit stark, wenn du ein, wenn du halt Knights spielst. Ja, auf jeden Fall. Dann ist das sowas wie ein Charging Monstrous Saw. An die, die sich noch daran erinnern aus X-Alan. 5 Mana, 5-5, Trample, Haste. Und der Kollege hier ist so ähnlich. Und der Monstrous Saw hat ziemlich viele Spiele beendet. Also ich schätze mal, der Burning Yard Trainer ist schon ziemlich stark. Ja, also Nachteil natürlich nur, dass du die, ähm, diese, diese 5-5 an Trample und Haste-Statuswerten nur im Angriff nutzen kannst. Während der Monstrous Saw ja auch natürlich blocken konnte als 5-5er, wenn du wolltest. Ähm, trotzdem, das ist einiges. Also das ist ein verdammt guter Finisher für irgendeinen Knights Deck. Steal Clawlands auch hervorragend im Knights Deck. Ähm, und selbst wenn nicht, also plus 2, plus 2 ist, äh, auf jeden Fall Equip 3 wert. Also im rot, äh, schwarzen Deck, denke ich mal. Es sei denn, du hast wirklich nur 10 Kreaturen oder vielleicht 11, 12 oder so. Ich glaube, dann spielst du die immer. Ähm, ja, Beloved Princess haben wir ja im letzten Draft einen Gegner gehabt, der da schon, ja, ja, ganz interessant mit der gearbeitet hat, muss ich sagen. Äh, So Tiny, ja, ja, ist okay. Ventress Paladin ist okay, Resoul ist gut, Wicked Guardian kann gut sein, Fierce Witchstalker ist ziemlich gut. Ähm, also Resoul und Witchstalker wären so die Cummins, nach denen ich schauen würde. Bei den Uncommons wären es die Lance, der Trainer, ähm, und dann ist ja noch die Rare da. Aber, und ich hätte auch auf jeden Fall kein Problem damit, eine von den beiden Karten zu nehmen, auch wenn die halt relativ klar, ähm, natürlich nach dem Knights Deck fragen, ähm, denke ich mal. Also, sagen, die sagen dir eigentlich beide, du möchtest ein eher ein aggressives Kreaturendeck sein. Ähm, das ist aber gar nicht schlimm, da die sich ja auch, die Knights ja auch über drei Farben erstrecken, kann man hier durchaus mal hier so eine rote Karte nehmen und sagen, naja, ich könnte rot-schwarz, ich könnte rot-weiß sein, also du bist jetzt nicht so ganz festgelegt, nur weil du hier diese relativ aggressive Karte nimmst, die nicht in jedes Deck geht. Aber ich bin hier glücklich mit der Vengeance Gargoyle, das ist auch eher mein Style und, äh, ja, bin ich doch ganz zufrieden mit. So, als nächstes sehen wir hier, ja, nichts besonders Gutes, wenn ich mal direkt rumschauen kann. Ähm, diese Cummins hier interessieren mich nicht wirklich. Flutterfox und Witching Whale mag ich. Ähm, Flutterfox kann echt relativ einfach ein 2-Mana-2-2er-Flieger sein. Es gibt so viele Artifacts und Enchantments in dem Set hier, ähm, dass der schon fast automatisch ein 2-Mana-2-2er-Flieger ist. Und das ist doch grandios, oder? Also, äh, das ist schon stark. Nicht unterschätzen, der wird, der wird sehr, sehr häufig gespielt werden. Der Flutterfox in diesem Format, dem wird man häufig begegnen. Und, ja, man sollte irgendwas, zumindest im Sideboard haben, um irgendwie mit Fliegern fertig zu werden, denke ich mal. Und Witching Whale ist einfach nur nett. Ist halt schön, ähm, ist teuer, aber halt aufgeteilt in zweimal, in zwei Bezahlstationen. Und dieser Scry 2 zum Spielbeginn ist auch, ja, ziemlich stark. Kann dich halt Hände behalten lassen, die du sonst nicht behalten kannst. Was ich ja gerne mag, ähm, da ich dann häufiger auf 7 bleiben kann. Ich versuche ja sowieso immer schon alles, was ich kann, um 7 Karten zu halten. Ja, Witching Whale auf jeden Fall nett. Ich denke mal, Flutterfox noch ein bisschen stärker. Aber wir sind gar nicht notwendigerweise in der Verlegenheit, uns zwischen denen entscheiden zu müssen. Wir haben hier noch Shepard of the Flock. Ähm, kann ich mir vorstellen, wenn ich aus seiner Fähigkeit was machen kann. Aber auch sonst ist er nicht schlecht. Ein 2-Mana-3-1 ist meistens nicht so gut. Ähm, aber, dass du hier die Fähigkeit hast, halt deine Enter-the-Battlefield-Effekte nochmal zu triggern mit ihm im Late-Game. Oder stattdessen einfach irgendwas anderes auszuspielen, ein weißes Mana offen zu haben. Und wenn der Gegner mit dem Removal kommt, ähm, einfach die Flexibilität zu haben. Ähm, die ist auch immer schon einiges wert. Rally for the Throne ist, denke ich mal, nicht so stark, aber okay. Und Charming Prince mag ich sehr gerne. Der kann nämlich mehrere Sachen, kann einem helfen, die Draws zu verbessern. Wenn man ihn als Two-Shop spielt oder im Late-Game. Der kann einem drei Leben geben, wenn mal das nötig sein sollte. Oder kann was flickern, ähm, um in Enter-the-Battlefield-Effekt wieder auszunutzen. Das ist so eine Flexibilität, die ich einfach mag. Ähm, das ist einfach, äh, das ist einfach richtig schön. Nichts davon ist super stark. Aber, ähm, du kannst es dir aussuchen und es wird dir immer, du kannst immer sozusagen den maximalen Profit aus ihm ziehen. Und alle von denen sind gut. Von daher finde ich, das ist eine schöne Karte zum Frühpicken. Ähm, okay, jetzt sehen wir hier einen Haufen Schrott. Äh, gehen wir es mal durch. Saucer's Spry Class ist eine Constructed-Karte, die interessiert uns nicht. Righteousness ist richtig schlecht. Skull-Knocker-Ogre ist es sei denn, du brauchst unbedingt noch eine irgendwie Kreatur mit 4 Power oder sowas. Würde ich da eher die Finger davon lassen, da bei der Fähigkeit die Gefahr besteht, und die ist ungefähr 50-50 oder so, würde ich sagen. Vielleicht sogar, naja, also es besteht halt die Gefahr, dass du im Gegner damit hilfst, ne. Der Karte, also ich glaube, ist sogar höher als 50-50. Also es ist mehr als die Hälfte der Zeit, dass es schlecht für dich ist, ähm, da der Gegner einfach seine Karten ausspielen kann. Bei einem Limited hat man häufig schnell die Hand ausgespielt und dann Länder halten kann und dann hilfst du dem effektiv damit. Also, ähm, ich denke mal, von dem sollte man besser die Finger lassen, ganz ehrlich. Es sei denn, man braucht ihn wirklich unbedingt als Angreifer, ja. Ähm, in einem sehr aggressiven Deck kann man den Gegner vielleicht halt so unter Druck setzen, dass der gar nicht in der Lage dazu ist, aus seiner Fähigkeit Profit zu ziehen. Ein Flexen Intruder, entweder 7-Mana, 2-2er, äh, 3-2-2er, oder ein 1-Mana, 1-2er, der was macht, wenn er Combat Damage macht, was nicht der Fall sein wird, weil es ein 1-2er ist. Also, ähm, finde ich einfach sehr, sehr schlecht, die Karte. Ich würde es vielleicht mal als Sideboard-Karte irgendwie akzeptieren, aber, ähm, das ist mir, das ist nicht genug Value. Du hast nachher halt 7-Mana bezahlt und dann nochmal 1-Mana, hast halt 3-2-2er und 1-1-2er. Ich meine, das ist, das ist okay, du hast 4 Kreaturen, ähm, das ist jetzt nicht schlecht, aber das ist es irgendwie nicht wert, auch bis 7-Mana zu warten. Meine 7-Mana-Karten sollen ein bisschen mehr Impact haben. Lonesome Unicorn, nettes Value, aber sonst gibt es ja nichts zu sagen. Du bezahlst ein bisschen mehr Mana für halt das Value, dass du das auf 2 Kreaturen aufteilen kannst, das ist nett. Nichts gegen einzuwenden, aber auch nicht besonders stark. Ähm, Trebuchet mag ich, ähm, aber so stark ist es auch nicht. Ich glaube, ich habe einfach nur eine Schwäche für diese Pinger, weil ich das mag, einfach meine Sachen zur Verteidigung zurückhalten zu können, dann dem Gegner trotzdem, bam, zack, 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 ping, 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 äh, den Schaden zu schießen. Aber Knight's Decks, und die, die ist ja besonders gut im Knight's Deck, äh, die wollen ja auch eigentlich angreifen. Aber da ist er auch, äh, ist ja auch akzeptabel. Äh, Lost Legion ist okay, Forever Young ist vielleicht etwas besser als Lost Legion, äh, ich sehe hier nichts, was mich wirklich anzieht, ganz ehrlich. Corridor Monitor ist vielleicht sogar okay, vor allem im blau-weißen Deck, ähm, da du aus der Tatsache, dass er ein Artefakt ist, ein frühes Artefakt halt, ähm, profizieren kannst. Aber ich denke mal, an sich sollte Lonesome Unicorn stärker sein, also wenn ich hier, äh, eine von den blauen oder weißen Cummins nehme, dann eher das Unicorn. Wie gesagt, hier von den Uncommons und Rares interessiert mich nix, ähm, aber da greife ich hier lieber zum Forever Young, weil, ehrlich gesagt, dieses Pack ist wirklich nicht gut. Und Forever Young ist halt ein Effekt, der, ähm, könnte mir fehlen sonst. Also kann ich mir am ehesten vorstellen, dass ich nachher traurig bin, kein Forever Young im Deck zu haben. Ähm, okay, haben wir Shepard of the Flock, naja, gesagt, kann irgendwie Kram machen. Caution Familiar, ja, ist irgendwie lustig, kann halt ein bisschen Kombo-Synergie-Zeug machen, ähm, aber auch nicht super stark. Ähm, Weapon Rack mag ich nicht. Spaw Cap Spy, das ist halt auch wieder so ein niedriges Power-Level, das Deck hier. Ähm, So Tiny wäre okay, Familiar wäre okay und Shepard wäre okay. Ich denke mal, ich nehme Shepard, wir haben ja schon die, äh, Kombo in Anführungszeichen mit Charming Prince. Ähm, von daher, ja, mal sehen, vielleicht bekommen wir da ja was ordentliches. Okay, und hier haben wir jetzt Backed Streak, mag ich nicht. Squire ist okay, wie alle Adventure-Karten, ähm, naja, die Kreatur ist etwas schlecht. Der Effekt, also das Adventure ist etwas teuer, aber es ist halt alles auf einer Karte drauf. Und, äh, deswegen Two-for-One-Potenzial. Von daher, einfach nicht, nicht schlecht, einfach solide. Youthful Knight auch solide. Pestive Funeral eher schlecht, aber im, im Mill-Deck auf jeden Fall in Ordnung. Ich denke mal, die Karte ist wirklich einfach als Support fürs Mill-Deck gemacht worden. Weil die, ähm, anderen Common Removals von Schwarz, die sind so gut, die will einfach jedes Deck haben. Backed to Pie und Reef Soul. Und Festive Funeral, nachdem, was die in den letzten Sets für guten Removal gedruckt haben, denkt man sich nur, was, warum, der ist ja furchtbar. Du bist manchmal in Runde 5 und es ist irgendwie eine Kreatur im Graveyard oder sowas. Du hast eine Karte, zwei Karten und du denkst dir, was, ich bezahle 5 Mana für Minus 2, Minus 2. Ich glaube wirklich, die Karte ist einfach nur strictly dafür gedacht, für dieses blau-schwarze Mill-Deck. Hey, hier, ähm, das ist dein, das ist noch ein Pay-Off. Es ist ein bisschen teuer, okay, aber dafür willst kein, gar kein anderes Deck haben. Du kannst dich eigentlich darauf verlassen, dass du im Draft 2 oder so davon bekommst und, ähm, du kannst dich auf deine Mill-Karten konzentrieren und, ähm, kannst dich dann darauf verlassen, dass du früher oder später hier von dem Festive Funeral noch was bekommst. Das ist so meine Analyse von, äh, der Karte, warum die hier so in diesem Set drin ist. So, für uns. Wir könnten Forever Young anschließen mit Tempting Witch, ähm, könnten eben unsere weißen Karten mit diesen soliden weißen Karten hier anschließen, äh, oder wir nehmen uns den Fierce Witch Stalker, der ist mit Abstand die stärkste Karte in diesem Päckchen. Also werden wir das tun. Wir bleiben weiter offen. Das wollen wir ja sowieso. Gut. Okay, als nächstes Tree Folk. Ich hab den mal am Anfang für eine Füller-Karte gehalten. Verzeihung. Ähm, mittlerweile halte ich es für eine gute Karte. Ja. Ist einfach wieder praktisch ein 2-4-1. Macht irgendeine schwache Kreatur von dir. Irgendeinen 2-Drop, der eh an Bedeutsamkeit verliert für den Combat. Ähm, wieder zu einer echten Kreatur und dann kommt früher oder später der 6-5-Wahr raus. Man muss nur sehr vorsichtig sein, dass man das nicht ins offene Mana vom Gegner reinspielt. Denn wenn der zum Beispiel den Effekt countert oder deine Kreatur, auf die du die Counter legst, töten willst, dann, ähm, geht der Tree Folk auch in den Friedhof. Und das wäre ja furchtbar. Dann hast du, äh, die auch noch verloren. Also Tree Folk für mich mittlerweile eine solide Common. Tempting Witch auch. Reaper of Night ist okay. Ähm, ähnlich wie Tree Folk zwar auf gewisse Art und Weise, aber halt, äh, die Kreatur ist noch teurer und, ähm, es fehlt der Board Impact vom Tree Folk. Weil du ja halt, ne, es ist halt eher auf Card Advantage als auf Board Advantage angelegt. Ähm, beide okay, aber sie ist halt nochmal ein gutes Stück langsamer, der Reaper of Night. Ähm, von daher tendenziell eher eine Sideboard Card. Es sei denn, du bist wirklich gut im Stabilisieren und hast ein, also ein gutes Control Deck mit viel günstigem Removal oder so. Dann könnte ich mir auch gut vorstellen, den in meins Mainboard zu packen. Aber ansonsten, ähm, wäre es hier eher der Tree Folk in meinen Augen. Ähm, ja. Da, da greife ich hier lieber zur Tempting Witch. Ähm, für Weiß haben wir wieder Ardenvale Paladin, Silver Flame Rituals. Und beide okay, würde ich mal sagen. Red Cap Meili, 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 wie auch immer. Ähm, ist, äh, ziemlich gut. Bin doch fast überrascht, das hier zu sehen. Und, ähm, wir wären hier weder mit einer Weißen noch mit einer Schwarzen noch mit der Grünen Karte unglücklich. Aber ich denke mal, ähm, das ist, äh, ein so guter Removal, dass wir den hier nehmen sollten. Ähm, das ist doch irgendwie ein, äh, entweder ist das ein Zeichen dafür, dass die Bots nicht verstehen, dass die Karte sehr, sehr stark ist. Oder, ähm, ein Zeichen dafür, dass Rot offen ist. Auf jeden Fall werden wir das mal weiter verfolgen. Ähm, okay. Für den Millplan hätten wir hier Mirfolk Secret Keeper, um uns irgendwie halt Ventress Gargoyle anzuschließen. Ähm, Forever Young klappt auch noch gut mit Ventress Gargoyle. Aber, ähm, wir haben nicht so viel Blau gesehen. Von daher bin ich mir nicht so sicher, ob das hier die richtige Wahl ist. Äh, hätten hier nochmal einen Flexen Intruder, der mich aber eben nicht interessiert. Die weißen Karten interessieren mich auch nicht. Die Bohne, das sind für mich eher die, ähm, Füller bis schlechten, äh, weißen Cummins. Das Squire ist irgendwo okay, wenn wir grün spielen. Aber, das sind nicht die Cummins, die du spielen willst. Du willst halt entweder die Adventure-Karten spielen, weil die dir, ähm, letztlich Card Advantage geben. Oder halt die Power Cummins, sowas wie Witchstalker. Aber du willst in grün eigentlich nicht diesen Dog hier spielen. Der, das ist wirklich, der ist für dieses, für dieses Set, für diese Zeit, ist der irgendwie zu schwach. Der macht zu wenig. Ähm, sind wir bei Signpost Scarecrow angekommen? Ähm, ne, wir haben ja noch nicht wirklich was, was wir hier splashen wollen. Ist nur, ich will nicht wirklich irgendeine Karte hiervon spielen. Deswegen denke ich mal, dass ich einfach Secret Keeper nehme, da der eben noch die Mill-Strategie für uns, ähm, ermöglicht. Okay, und hier haben wir jetzt nochmal Witching Ravel, wenn wir weiter blau nehmen wollen. Wir haben Rose, Thorn, Acolyte, um ein bisschen eher offen zu bleiben, auf der anderen Seite ein bisschen eher in grün zu gehen, ähm, bin ich mit beidem einverstanden. Ich glaube, Rose, Thorn ist für uns ziemlich gut, ähm, da Witchstalker wahrscheinlich die stärkste von den Karten hier ist. Ja, ist knapp. Melee ist gut, Prince ist gut, ähm, Gargoyle ist gut, ähm, aber eben... Base grün zu spielen und dann vielleicht ein bisschen was rumsplashen zu können, gefällt mir ja auch gut. Von daher gerne, gerne, gerne. Mh, Beloved Princess interessiert mich nicht, So Tiny interessiert mich nicht, Wolverine und Seven Dwarfs auch nicht so wirklich. Ähm, pff, boah. Naja, ich meine, wenn wir ins Mill Deck gehen, oder zumindest so Mill Anteile haben, dann wäre So Tiny eigentlich okay, dann ist das sogar schon ein richtiger Removal. Und dann interessiert uns ja auch nicht wirklich, was der Gegner macht, ähm, also der Nachteil an diesen, ähm, an diesen Minus Power Enchantments, ähm, von denen haben wir ja schon einige gesehen, beziehungsweise in diesen Effekten ist ja, dass die, ähm, Kreatur immer noch blocken kann. Also, ähm, wenn du selber angreifen willst, dann, äh, auf dem Boden vor allem, dann kann es halt sein, dass du dem Gegner damit einfach, dass du im Prinzip die Kreatur vom Gegner einfach in eine, in eine Wall verwandelst, ne, in irgendwie 0,5er oder so. Kann halt immer noch gut verteidigen, wenn du mit kleinen Kreaturen am Boden versuchst anzugreifen, dann kommst du da nicht gut durch. Dann hast du dich irgendwie selber 2-4-1 auf eine gewisse Art und Weise. Wenn dich aber nicht interessiert, am Boden anzugreifen, sondern du entweder planst halt mit deinen fetten Fliegern oder sowas, so ein klassischer Finisher, den Gegner zu töten oder, ähm, oder den Gegner zu millen, äh, also nur nochmal zur Erklärung, falls hier jemand nicht weiß, wovon ich die ganze Zeit rede, wenn ich millen sage, ähm, es gibt noch die Möglichkeit, abgesehen davon die Lebenspunkte vom Gegner auf 0 zu bringen, ihn decktot zu machen, äh, indem er von einer leeren Bibliothek zieht. Und dafür sind diese Karten da, die sagen, Target Player puts bla bla bla, cards, ähm, from the top, äh, into their graveyard. So ungefähr. Äh, dafür sind diese Karten da, hier auch bei Ventress Gargoyle. Und, äh, genau, wenn du damit halt den Gegner auf null Karten in der Bibliothek bringst und er eine Karte zieht, dann stirbt er, äh, so, kurzer Einschub, Schub zum Decktot. Ähm, hier nehmen wir Witching Whale, diese Karten hier interessieren uns nicht wirklich. Mein True Love's Kiss ist echt okay in dem Format hier, vielleicht sogar gut, vielleicht unterschätze ich die noch, aber, ja, Witching Whale kann man sich verlassen. Ähm, ja, ist alles richtig, richtiger Quatsch für uns. Nehme ich mal Intruder als Sideboard-Karte. Ähm, Gingerbread Cabin ist nett. Tempting Witch ist nett. Reaper of Night ist okay. Okay, okay, also, wir werden irgendwas Sultai vielleicht in die Richtung mal sehen, ob wir hier noch irgendwelche, ähm, besonderen Anreize sehen für irgendwelche anderen Decks. Äh, Doom 4 Told ist für mich jetzt kein Anreiz, um Weiß-Schwarz zu spielen. Äh, ist zu unverlässlich. Wenn du selber sehr, sehr verlässlich irgendwie, ähm, ja, viele kleine Kreaturen hast oder so, ich hab keine Ahnung. All die Karte ist, ist gar nicht so kompliziert, wie sie sich jetzt vielleicht liest, nur weil sie so viel Text hat, aber, äh, ich glaube auch einfach nicht, dass sie so stark ist. Kannst grundsätzlich einfach nicht garantieren, wenn du die Karte in dein Deck packst, dass du selber davon mehr profitierst. Ähm, also, ist vielleicht eher eine Sideboard-Karte gegen jemanden, der ja irgendwie ein sehr teures Deck hat. Das kann ich mir vorstellen. Einfach irgendwie viele, nicht viele, also teure Kreaturen einfach spielt und sonst nicht viel aufs Board macht. Dann kannst du, und du selber halt viele kleine Kreaturen spielst oder so, dann kann man davon wahrscheinlich guten Gebrauch machen. Äh, okay, Froggy Phi ist, ähm, ja, haben wir schon in War of the Spark gesehen, ist einfach nicht so stark. Ist hier vielleicht etwas besser, weil nicht so viele Plus-Eins-Counter rumfliegen, aber trotzdem, äh, ist einfach nur Füller, Füller-Karte für mich. Innkeeper, Reef Soul, Tree Fow, Golden Egg, das sind so die Karten, nach denen ich hier gucke. Innkeeper, Innkeeper ist halt famos, famoses Pay-Off. Wir haben bis jetzt halt noch nicht so viel, ähm, wir haben den Secret Keeper und den Acolyte in Grün-Blau, falls das die Richtung ist, in die wir gehen. In Grün-Schwarz hätten wir Reaper of Night und Rose Thorn Acolyte. Oh, das wäre auch okay. Hm. Ja. Nehmen wir den. Ich denke mal, es ist noch früh genug. Reef Soul ist vermutlich die richtige Wahl hier an der Stelle. Einfach, weil es eine verlässliche, gute Karte ist. Aber ich habe, ähm, ich habe Bock auf dieses Adventure-Pay-Off. Und wir werden direkt belohnt mit unserem Foul Mayer Night. Äh, super Adventure, ein 2-4-1. Und, schau mal, womit können wir das denn jetzt hier anschließen? Äh, also nehmen wir mal an, dass wir Grün-Schwarz spielen. Nehmen wir das einfach mal an. Ist noch nichts festgeschrieben, aber es sieht so ein bisschen danach aus. Ähm, Melee eventuell Splashen. Das sind immer noch 4 Schaden. Das sieht, finde ich, aktuell etwas besser aus als Grün-Blau oder Schwarz-Blau. Aber, es ist noch knapp. Ähm, hier hätten wir Scorching Dragonfire, Lost Legion, Lockthwain und Oakhaim Ranger. Ähm, Oakhaim Ranger ist interessant, aber sehr, sehr langsam leider. Ähm, für 4 Mana halt 2 1-1er machen ist halt ziemlich schwach. Und dann für 4 Mana nochmal ein 2-2er ausspielen und dann irgendwann tappen, um allen Kreaturen plus 1 plus 1 zu geben. Ist stark, aber unheimlich langsam. Wenn ein Gegner dich in der Zwischenzeit unter Druck setzt mit irgendwelchen großen Kreaturen, Tramplern, 4 Switchstalkern und so, dann tut das richtig, richtig weh. Also bin nicht so ganz davon überzeugt, dass die Karte gut ist. Ist halt grün-weiß. Und grün-weiß will eigentlich eher ein bisschen, ein bisschen, ähm, also es passt insofern, dass es sehr kreaturenzentriert ist, ne. Und dass es halt einer Go-White-Strategie hilft, die viele kleine Kreaturen spielt. Ähm, aber das ist so eine, so eine langsame Karte, bis die sich richtig bezahlt macht, bist du halt schon fast tot. Ähm, deswegen ist schon fast eher eine Control-Karte, so langsam wie das ist. Ähm, ja, wie gesagt, Dragonfire wäre okay. Gucken ein bisschen nach einem Rot-Splash für Removal, das ist nicht schlecht, da wir bis jetzt noch nicht wirklich guten Removal aufgenommen haben. Äh, wir können noch Golden Axe bekommen, wir haben Acolyte. Wir würden auch gerne noch mehr Acolyte spielen. Ähm, also ich denke mal, Hollers & Beanstalk spielen auf keinen Fall. Wir könnten halt nach Gingerbrood vielleicht gucken, aber eher nicht. Also eher Scorching Dragonfire als Splash, Removal Lost Legion als, joa, so eine Karte. Oder Ocam Rager als ein bisschen Fancy Play, ähm, für das Late Game. Joa, nehmen wir mal den Ocam Rager. Wie gesagt, ich denke mal, dass der zu langsam ist, aber, ähm, ich meine, man muss halt auch einfach mal was ausprobieren. Hier nehmen wir Resolve, das ist ganz, ganz einfach. Keine andere Karte, die da nur ansatzweise rankommt. Ähm, okay, hier sind wir jetzt etwas unglücklich, weil uns irgendwie die spielbaren Karten in Grün und Schwarz fehlen. Äh, Theft und Nature sind eher Sideboard-Karten. Steht die Chance, dass wir noch Rot spielen? Jedenfalls nicht für diese Karten. Ähm, ja, nehmen wir ein Sideboard Return to Nature mit. Ja, wie gesagt, also, Rot sieht ein bisschen offen aus, aber, ähm, ich meine, Shieldbreaker ist gut, aber... Splashbar ist er nicht. Oh, Squarry, hm, damit auch nicht glücklich. Lockthway Paladin, äh, hm, das ist auch nicht so richtig unser Ding. Äh, vielleicht einfach ein Squire, um so einen Tootrop zu haben, auch wenn ich den ja, wie ich ausgeführt habe, bereits für nicht besonders stark halte. Äh, hier wie gesagt, so ein Füller, das ist echt nicht unser Ding hier, ähm, irgendwelche Menace Knights zu spielen, um mit denen anzugreifen. Wir könnten von Grün-Weiß wechseln, da wäre halt, dann verlieren wir zwar den Removal, aber da wäre, ähm, der Edgewall-Innen-Keeper besser. In Ermangelung von besseren Optionen greife ich mal dazu, Giant Opportunity, das könnte halt für Grün-Schwarz wieder ziemlich stark sein, ne? Vor allem, wenn hier noch so eine Tempting Witch rumfliegt. Ähm, nehmen wir einfach die nächste Tempting Witch. Hm, ne, Giant Opportunity ist besser als Payoff. Reef Soul ist gut. Ähm, Squire wäre für's Adventure-Deck. Und Carver wäre sowohl für's Adventure- als auch für's Grün-Schwarze-Deck. Noble eher ist für's Grün-Schwarze-Deck. Daher nehmen wir Dean, denn, äh, wir wollen ja gerne unseren Edgewall-Innen-Keeper spielen und uns, äh, dass sich das auch schön bezahlt macht. Äh, hm, hm, hm. Ähm, ja, das wäre halt für's Grün-Schwarze-Deck, das wäre für's Grün-Weiße-Deck. Nehme ich den für's Grün-Schwarze-Deck. Vielleicht packe ich ihn sogar ins Mainboard. Ähm, nichts davon wird gespielt. Theft als Sideboard-Karte ist okay. Was Besseres als Sideboard-Karten kann man sich so spät auch nicht erhoffen. Okay, was sehen wir hier? Ähm, mal direkt mal kurz rüber gescannt. Äh, der ist nicht so stark, wie er aussieht. Zwei, drei Männis für vier ist einfach zu schwach. Und vor allem im, äh, grün-schwarzen Deck, wenn man auf vierfach schwarz hoffen muss, für den zu spielen. Nein, danke. Spinning-Wheel ist okay. Forever Young haben wir schon eins vor uns. Sporkap, Spider und Return to Nature. Nope. Ähm, also eher die Frage Bonecrusher, Giant Splashen oder Spinning-Wheel. Ich denke mal, wir können von Spinning-Wheel guten Gebrauch machen, äh, wenn wir so ein bisschen teureres Zeug hier haben. Ähm, und Spinning-Wheel ist ja auch noch... Es ist wirklich signifikant besser als ein 3-Mana-Mana-Rock, ne? Also Tab für One Manor of Any Color. Viel, viel besser. Auch wenn die Fähigkeit unendlich teuer ist. 5-Mana ist gigantisch viel für diese, ähm, für diese Fähigkeit. Aber man kann das einfach nicht unterschätzen, wie unglaublich das die Karte verbessert, dass du, dass sie nicht nur diese eine Funktion hat, nämlich mehr als Mana-Rock zu fungieren, sondern später auch noch als quasi sehr, sehr teuren Removal. Ähm, das ist, ähm, das ist wirklich, äh, das ist wirklich so krass, weil, äh, wenn du im Late-Game normalerweise deine, deine Mana-Rocks ziehst, dann ärgerst du dich total, weil du kannst einfach das Mana überhaupt nicht mehr gebrauchen. Und manchmal kannst du das noch als Splash-Mana benutzen, aber das Ramp zum Beispiel bringt dir gar nichts mehr. Und dann hast du, ja, praktisch eine Karte ausgespielt und denkst dir, boah, hätte ich da irgendeinen 3-Drop, irgendeinen 3-3er, 3-2er für 3, das würde so viel mehr bringen in diesem Spiel, in diesem Punkt im Spielverlauf. Und Spinning Wheel kann eben das auch leisten, dass du im späten Spielverlauf noch was damit anfangen kannst. Von daher wirklich nicht, äh, nicht unterschätzen, der ist ziemlich gut. Gut, hier haben wir die Wahl zwischen Outmuscle und Curious Pair. Und, ähm, ich mag Outmuscle auf jeden Fall, würde ich auch spielen, gerade mit dem Witchstalker und dem Reaper of Night noch, haben wir auch große Kreaturen. Wir sind froh um den Removal, aber Curious Pair, grün-schwarz, ähm, schert sich doch sehr um Food und, ähm, ist eine Adventure-Karte für unseren Edgewall-Inkeeper. Von daher wichtig. Okay, jetzt wird's interessanter, denn jetzt haben wir hier die Wahl zwischen Clockwork Servant, Wicked Guardian, Carver und Outmuscle. Ich denke mal, Servant können wir ausschließen. Wir sind nicht so gut unbedingt darin, auf, ähm, Adamant zu kommen. Wir wollen das zwar, wir werden ein bisschen mehr auf grün setzen hier jedenfalls. Ähm, das wird schon gehen. Aber wir haben hier auch praktisch einen 4-Mana, 4-2er, der eine Karte zieht. Das scheint mir sogar noch ein bisschen besser zu sein. Jetzt müssen wir nur schauen, welche Kreaturen haben wir, mit denen es funktioniert. Ähm, Curious Pair und Tempting Witch und Rose Thorn Acolyte. Das ist schon ganz nett. Das ist schon ganz nett. Das könnte, da könnte man schon drüber nachdenken. Ähm, aber wir haben hier halt auch noch Outmuscle. Hm, und den Carver. Und wir sind gar nicht so aggressiv. Äh, ich hab nur daran gedacht, also grundsätzlich ist das Value schon ganz nett vom Carver, weil es halt auch wieder ein potenzieller 2-4-1 ist und es ist wieder eine zusätzliche Karte mit Edgewall in Keeper. Ähm, was aber nicht heißt, dass ich hier noch einen nehmen muss. Von daher denke ich mal, es ist die Wahl eher zwischen Guardian, Outmuscle und Servant. Ähm, wir haben an Removal Reefsoul und Melee. Ähm, uns fehlt aber noch eher sowas wie, ähm, richtiger Late-Game-Removal. Da ist Outmuscle auch nicht so Premium drin. Es sei denn, wir haben vielleicht Witch Stalker oder Reaper draußen. Ähm, hm, wie viele Kreaturen haben wir? 1, 2, 3, 4, Bühnen, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, das ist okay, das ist okay. Wir müssen uns in der Hinsicht auch nicht so viele Sorgen machen. Haben wir irgendwelche Artefaktsynergien? Hm, nein. Hm, 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 hm. Okay, also es wird mir ganz offen gelassen, ähm, was hier für mich am besten ist. Oh, wir haben noch diesen Death-Toucher mit Outmuscle. Das ist natürlich auch nett. Ähm, theoretisch noch den 7-7er mit Outmuscle. Ach, komm. Ähm, ich nehme Outmuscle. Andere Karten wären auch okay hier. Oh, Golden Egg. Hm, wir können das Fixing gebrauchen und wir können das Food gebrauchen. Von daher klare Angelegenheit. Ähm, ja. Giant's Cure wäre okay, aber auch nicht so sehr. Forboding Fruits, denke ich mal, leistet uns die besseren Dienste. Noch eine Tempting Witch ist super. Und jetzt haben wir eine schöne Mischung. Also das mache ich. Wir haben so ein paar, ähm, wir haben also den Edgewall Innkeeper als Adventure Buildaround. Und haben bis jetzt 1, 2, ähm, 3, 4, 5, 6 Care-Touren, mit denen der funktioniert. Das ist ziemlich gut. Auf jeden Fall relativ gut. Ähm, und dann haben wir noch unseren Food. Äh, unser Food Buildaround sozusagen. Haben dafür... Also was ist unser richtiger, äh, Payoff hier an der Stelle fürs Food? Ist ja eigentlich nur Giant Opportunity bis jetzt. Die Tempting Witch ist irgendwo... Aber Food an sich ist ja auch schon sowieso ein kleines Payoff. Okay, ähm, ja, aber das ist gut genug. Ich meine, ich hätte gerne noch ein, hm, noch eine Karte mehr, die mir nicht irgendwie für Food belohnt. Ich meine, ich denke mal, ihr wisst, welche Karte ich meine, ähm, die ich am allerliebsten hätte. Aber die werden wir wohl nicht mehr sehen in diesem Draft. Es ist der Bocknaughty. Äh, Karten hier sind alle unspielbar. Für mich. Hm, noch ein Forever Young, okay. Forever Young ist wirklich, ähm, ist wirklich nochmal was anderes als Effekte dieser Art, die wir in den letzten Sets gesehen haben. Das war ja vor allem Soul Salvage. Ähm, drei Mana, zwei Karten aus dem Friedhof holen. Also zwei Kreaturenkarten aus dem Friedhof holen. Das ist eine sowohl Recursion als auch Card Advantage. Ähm, diese Karte hier funktioniert ein bisschen anders. Die ist nämlich, ähm, die zählt auch als Recursion. Also es ist ein Effekt, der einfach, hm, nicht so leicht zu ersetzen ist und erlaubt einem eine gewisse Konsistenz. Nämlich, äh, dass man seine stärksten Kreaturenkarten halt einfach nochmal ausspielen kann. Ähm, und ist dabei, also Soul Salvage ist dabei halt noch Card Advantage. Das in dem Fall, ähm, ist tatsächlich einfach generell dafür da, um dein Deck ein bisschen konsistenter zu machen, da du es auch in Runde zwei spielen kannst, um eine Karte nachzuziehen. So wie Cycling, die Mechanik, die zum Beispiel in Amon Cat und auf Devastation zu sehen war zuletzt. Ähm, da du keinen wirklichen Card Advantage dadurch bekommst, ne. Du setzt eine Karte ein und ziehst eine Karte. So oder so. Ähm, aber sie ist halt auch in mehrfacher Hinsicht interessant, weil du ja auch noch im sehr späten Spielverlauf kannst du vielleicht fünf Kreaturenkarten, um mal auf deine Bibliothek setzen, was relevant ist, wenn du gegen einen Gegner spielst, der zum Beispiel Milch spielt. Ähm, was aber halt auch sonst gut für dich sein kann, wenn du vielleicht einfach starke Karten hast oder so. Und es gibt hier halt eben diese Konsistenz im Sinne von, du kannst deine Bombe nochmal ausspielen später. Von daher, ja, nicht zu unterschätzen. Also dieser Effekt ist wirklich gut. Und der, und die Tatsache, dass diese Karte nicht die, den Nachteil hat, den zum Beispiel Soul Salvage im frühen Spielverlauf hat, dass sie nicht spielbar ist oder du sie einsetzen musst, um eine Kreatur aus dem Friedhof wiederzuholen, weil einfach, weil du sonst nichts zu tun hast, ist hier nicht gegeben. Sondern du kannst sie einfach früh einsetzen, um, ähm, einfach zu cykeln. Einfach in Runde zwei, ey, ich hab keinen To-Trop auszuspielen, ich hab sonst nichts zu tun, ich will aber ein bisschen vorankommen, spielst du Forever Young aus. Wunderbar. Ähm, von daher, äh, ist es auch durchaus vernünftig, zwei oder drei davon ins Deck zu machen, je nachdem. Also wenn du vielleicht noch Blau spielst dazu und du kannst noch Profit daraus ziehen, dass du diese zusätzliche Karte ziehst pro Runde. Äh, Blau hat da ja so Payoffs für. Von daher, ähm, ja, wollte ich nur mal kurz die Gelegenheit nutzen, nochmal über Forever Young zu sprechen, denn ich glaube, das ist eine wirklich gute Karte, sollte man nicht unterschätzen. Dann, äh, hier nehmen wir noch einen Golden Egg, ähm, Return to Nature, okay, haben wir genug von, aber was soll's. Ginger Brood, Lash, Eye Collector, interessiert mich alles nicht, die Bohne, vielleicht Ginger Brood, aber naja, noch ein Ginger Brood, noch ein Return to Nature. So viele Ginger Broods werden wir hier nicht spielen. Okay, schauen wir uns unser Deck an. Also, ähm, ich bin nicht so mega glücklich mit Red Cap, Melee, aber wir haben so viel, ähm, kostenlosen Gedöns hier. Fixing mit Golden Egg, Spinning Wheel und Acolyte, dass wir den einfach locker spielen können. Spinning Wheel hilft uns dazu noch, Adamant zu bekommen für sowas wie Forboding Fruit, ähm, oder den Oakham Ranger, macht es einfacher zu casten. Ähm, ja, was, wir brauchen überhaupt keinen Mountain hier in dem Deck. Leute, ey, will der mir hier Mountains reinpacken? Äh, 13, 14, ähm, 15, 16, 17. So, das wäre eher das, was ich spielen würde, spielen möchte. Und jetzt können wir noch irgendwas rausschmeißen. 13 Kreaturen, also wahrscheinlich eher keine Kreatur. Ähm, irgendwas, was ist denn hier noch ersetzt? Boah, Gun Bricks Squires, ja. Aber, naja, ist sogar okay, weil wir so viele Adventure-Karten haben. Ich glaube, aus Ginger Brood können wir im Notfall noch einen Riesen machen. Ähm, aber ansonsten bringt uns dieser Schaden nicht so viel, den er macht. Aber ich denke mal, es muss doch irgendeine von diesen läppischen Kreaturen sein. Oder ein Golden Egg für einen Ginger Brood. Wo, wie viel Rot haben wir dann noch? Äh, wenn wir einen Golden Egg rausnehmen. Also jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Na, da möchte ich nicht runtergehen. Und ich möchte diesen 4 Mana Removal Spell, äh, den 4 Schaden Removal Spell haben, weil wir sonst ein bisschen knapp sind. Reef Soul, Out Muscle. Ähm, das sind nur 3. Spinning Wheel zwar noch irgendwo. Aber ich denke mal, wir werden ganz froh sein, wenn wir den Effekt haben. Ähm, was schmeißen wir raus? Was schmeißen wir raus? Man könnte bestimmt ein Argument machen dafür, dass Spinning Wheel hier nicht so super ist. Sehe ich auch irgendwo. Ginger Brood nicht wirklich gut. Golden Egg nicht super. Forever Young. Dann ist die Frage, was holen wir eigentlich zurück damit, ne? Ja, ich meine, so ein Tempting Witch zurück zu holen ist cool. Fier's Witchstalker ist stark. Okay, im Ranger Reaper of Night. Ähm. Wahrscheinlich besser als so ein random Marrelief Rider. Wir können ja auch wieder Sideboarden. Also wenn wir, wenn wir gegen viele Kreaturen im frühen Spielverlauf spielen, dann machen wir lieber das, anstatt unser Cycling hier zu machen. Dann können wir entweder einen Forever Young oder einen Golden Egg rausholen. Sowas in die Richtung. Jo. Gefällt mir. Ist jetzt auch halt nicht super stark. Ist nicht super synergistisch. Aber wir haben ein bisschen Kram, was wir ausprobieren können. Hier mit dem Edgewall Innkeeper haben. Ein paar Karten ziehen. Mit dem, ähm. Giant Opportunity. Hier ein paar Riesen machen. Oder halt nur einen. Ja, dann haben wir Witchstalker, Ranger, Reaper of Night. Ein bisschen Recursion. Ja, das lässt sich gewinnen, sage ich mal. Das Value ist irgendwo auch hier versteckt im Deck. Von daher, haben wir Lust drauf. Machen wir. Also dann, würde ich mal sagen. Starten wir in die erste Runde. Bis gleich.